Wochen schon los Letzten kommen zum Glösser G3 Plätzchen wir kommen zum Letzten heute präsentieren wir euch Ulgige Sachen wie Fetisch Artikel die klemmt man sich auf die Nippel und hat viel Spaß ich demonstriere Oooooooooooooooo lasst ihn da hängen lasst es doch hängen für die ganze Folge das ist geil das tut weh aber es ist geil frohe Fetisch nach Weihnachts wir essen jetzt zusammen selbstgebackene Plätze ich weiß nicht so aus ihr habt bestimmt gesehen das Video gibt es zu ihr habt es geguckt wenn ich dann guck das an ja wir haben bis zu einem bestimmten Punkt gefilmt danach wurde es uns einfach zu absurd wenn ihr den Vogel Vögeln seht na dann Vögeln mit Chico komm mit ins Bild seht ihr den Vogel? seht ihr ihn? seht ihr ihn? Vögelt hoch so wenn die Gurken die Gurken jetzt okay zurück zum eigentlichen Programm wir essen Kekse ja und los ich nehme Kinn zum Wohl das bleibt essen Prüro richtig? hm 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 so gut? ja gut den richtigen Punkt entdeckt ne das reicht ja jetzt auch das war wirklich mein das war das letzte Lied das war gut das war super bis morgen euer Bär und Erd bis dann bis dann let's play with Vogel Herzlich Willkommen zum ersten let's play with Chico ähm und tschüss und tschüss also bis zum nächsten mal tschüss sag tschüss 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 tschüss